Herzlich willkommen bei Bischof Ilz. Das Leben ist anstrengend. Das erzählen mir zurzeit viele Menschen. Ich möchte heute mit Ihnen darüber nachdenken, wie wir mit Anstrengung umgehen können. Ich denke zunächst darüber nach, wo Anstrengung herkommt. Es gibt saisonale Anstrengungen. Es ist Juni. Im Juni auf die Ferien, auf den Urlaub zu, sind viele Menschen am Ende ihrer Kraft. Es gibt andere Dinge, die wie eine Last dauerhaft getragen werden müssen und anstrengend sind. Lebensumstände. Ich meine die ganz allgemeinen. Wir müssen verarbeiten, dass Corona-Zeit war und noch ist. Wir müssen verarbeiten, dass Klimaveränderungen auf uns lasten und uns die Zukunft verdunkeln. Und wir müssen verarbeiten, dass Krieg ist in unmittelbarer Nähe. All diese Dinge zusammen und noch das, was Sie persönlich beschäftigt. Vielleicht eine spannungsvolle Beziehung oder etwas, was gerade besonders herausfordert. Das alles insgesamt ergibt eine Mischung, von der wir sagen, das Leben ist aber anstrengend. Es kostet mich Kraft. Ich möchte noch was hinzufügen, weil es mir persönlich hilft. Zu leben bedeutet auch unabhängig von den Umständen, dass es einen Kraftabfluss gibt. Das heißt, einfach das Leben zu leben, ist nicht so, dass es uns aufbaut, sondern dass es uns Kraft kostet. Heute bin ich in Moritzburg. Zunächst war ich in der Kirche zum Gottesdienst mit den Gemeindepädagogen und Gemeindepädagoginnen in unserer Landeskirche. Die haben heute hier ihren Fachtag und die wollen sich weiterbilden und ermutigen lassen für ihren Dienst, ihren anstrengenden Beruf mit Menschen. Jetzt bin ich in der Evangelischen Schule für Sozialwesen Hans-Georg Andier auf dem Knabenberg, auch in Moritzburg. Hier werden Sozialassistentinnen und Erzieherinnen ausgebildet. Junge Menschen, ich habe gerade mit Ihnen gesprochen, die bereit sind, in die Anstrengung zu gehen, für andere da zu sein. Und das Lernen dafür ist auch schon anstrengend. Ich bin davon sehr beeindruckt, habe großen Respekt. Wie gehen diese Leute mit ihren Anstrengungen um? Von einigen weiß ich es. Und die sagen, ich muss mich im Prinzip immer wieder entscheiden. Sage ich ja dazu oder lebe ich im Widerstand gegen das, was mir Mühe macht? Und ich kann das aus meinem Beruf und meinem Dienst bestätigen. Wenn ich bereit bin, Anstrengungen zu bejahen, komme ich rein und kann sie bewältigen. Wenn ich das nicht kann und nicht tue, wird alles extrem mühsam. Ich habe immerfort Sehnsucht nach anderen Lebensbedingungen. Und ich kann die Kräfte nicht mobilisieren, die ich gerade brauche. Wie geht es Ihnen damit? Und zwar im Blick auf die Sachen, die besonders viel Kraft kosten. Können Sie Ja sagen? Ich möchte dazu ermutigen, Ja zur Anstrengung zu sagen. Und wenn das nicht geht, weil einfach die Kraft fehlt, dann braucht es genauso viel Mut, etwas zu ändern und rauszugehen. In jedem Falle das Ungeklärte nicht anzunehmen, aber auch nicht zu ändern, das kostet oft die meiste Kraft. Dass es wichtig ist, eine Situation anzunehmen, das gilt für mich auch im Blick auf die aktuelle globale Situation mit all dem, was ich schon erwähnt habe. Wir können wenig daran ändern. Wir können uns aber ängstlich daran abarbeiten. Und zu sagen, Ja, es ist jetzt so. Es ist für uns und viele andere eine große Herausforderung. Das erschließt neue Lebensmöglichkeiten. Und jetzt möchte ich gern mit Ihnen darüber sprechen und nachdenken, wie wir uns selber nähren und stärken können, um mit Herausforderungen gut umgehen zu können. Ich denke an unseren Körper, an den Leib. Der braucht gutes Essen, Trinken, Schlafen, Bewegung. Seien Sie gut mit Ihrem Körper. Er wird Sie Ihnen danken. Und in einem Körper lebt eine Seele, sagen wir. Die Seele, Verstand, Wille, Gefühl und noch mehr dazu kann auch genährt werden. Und das geschieht über die Sinne. Gutes Sehen und Hören, Schmecken und Riechen, Fühlen nährt unsere Seele. Es gibt viele Menschen, die sind da nicht aufmerksam genug. Sie nähren sich mit Dingen, die nicht wirklich gut sind. Oder verzichten gar darauf. Und dann sagen wir noch, es gibt den Geist, das Innerste, das Herz, den Kern der Persönlichkeit. Auch dort muss Nahrung und neue Kraft hin. Wir als Christen sagen, das geschieht durch den Geist Gottes. Allgemeiner formuliert, durch spirituelle Erfahrungen. Und spirituelle Menschen sind immer auch Leute auf der Suche nach Gott. Wie kann ich Gott finden und bei Gott anschließen, um von ihm Kraft zu empfangen? Vielleicht durch Gebet, vielleicht durch Meditation, vielleicht durch Gesang, vielleicht durch das Lesen von Texten, biblischen und anderen Texten. Vielleicht durch Einsamkeit und Stille. Aber, dass der Persönlichkeitskern, das Herz, der Geist auch genährt werden will, das ist gegeben und wichtig. Verlieren Sie dafür nicht die Aufmerksamkeit. Das Leben hängt daran. Und jetzt gehen wir an den Sommer hinein. Und ich meine, es gibt im Sommer Zeit und Gelegenheit, den Leib, die Seele und den Geist zu nähren. Jetzt auf dem Weg nach draußen hat mir eine Verantwortliche von hier noch einen Satz mit auf den Weg gegeben. Sie hat gesagt, es ist alles sinnlos, wenn man nicht mit dem Herzen dabei ist. Damit hat sie zusammengefasst, was mir für heute wichtig war. Das Leben ist anstrengend, aber wir können es bewältigen. Das Leben ist anstrengend, was mir für heute wichtig war. Untertitelung des ZDF, 2020